und damit ein herzliches willkommen zu einer neuen mod vorstellung heute mit einem fiat einem schönen kleinen schnuckling der ist und natürlich unter kompakt traktoren weiter hinten hier kostet 15.000 ein sehr kleiner kompakter sehr kleiner kompakter traktor hat leider keinen frontlader aber muss hat hier einmal zwei farben einmal die und diese hier die ist deswegen auch hier so ein bisschen verpackt und ich bin einfach zu blöd hat auf jeden fall hier 53 kilo gewicht und 750 auf der vorderachse und kein allrad aber ich sag mal so wie in real life haben auch kein allrad und haben durchgehend gewicht vorne dran auf jeden fall haben wir aufkleber typen verschiedene nämlich einfach ist die nummer einmal unter dem fiat logo und einmal nach vorne dann haben wir noch design mit und umleuchte hier oben drauf und dann haben auch verschiedene motortypen die gehen auch hier an der nummer wenn ja auch anders auch wenn der aufkleber hier dann auf an der stelle ist dann haben wir unten noch reifen variante einmal die als falsch schneider und dann gibt es noch ein größerer als falsch schneider die pflegebereifung so viel zu den konfigurationen hat auch einen komischen stars sound finde ich ich kann noch mal lauter machen für euch jetzt läuft es also etwas komisch aber erst da war es dann auch ich finde das klingt irgendwie immer so wenn er beschleunigt als würde das mikro dann runter regeln oder irgendwie aufnahmesoftware oder sonst was das ist nicht so ganz laut übersteuert oder sonst was und dadurch klingt das irgendwie so zusammengepresst weiß ich hab da nicht so die lautstelle drin naja egal auf jeden fall gibt es dann noch hier einen grubber der natürlich untergrubber ist wenn man es findet der hier drei meter breit 100 ps werden benötigt also ist der fiat eigentlich ein bisschen zu schwach aber das soll uns jetzt mal nicht abhalten ihn zu testen hat kein nachläufer und ist drei meter kann nichts nach konfiguriert werden diese berühmten doppel schar also die kannst du einmal umdrehen haben wir auch an unseren im live ein global dann einmal den boden senken warum hat er jetzt hier kein bild beziehungsweise warum sieht man das jetzt nicht egal hat 15 km h arbeitsgeschwindigkeit die an der kürze wieder verwirrt 15 km h ein schöner kleiner grubber dann haben wir zusätzlich zu den grubbern noch einen winder von deutsch der ist natürlich an der winder wenn man es findet haben wir in den letzten ls teilen immer z angewöhnt obwohl wie auch immer wenn er gesagt haben wenn er gibt es hier in verschiedenen deutsch farben man erkennt leicht einen unterschied wenn man sich merken kann die vorherige farbe aber ja es wird ja hier ein bisschen dunkler alles so viel dazu passt jetzt nicht mit den fiat ganz überein aber funktionieren tut es ja kann man ausklappen natürlich anschalten lenken bin mir auch gar nicht sicher ich glaube einer bei uns im live hat exakt den oder zumindest so einen ähnlichen recht die nummer breiter läuft sie schön nach genau auf jeden fall haben wir noch einen besonderen mod nämlich so eine box zu finden dann war das jetzt hier unter divers oder hat einmal das ist ja ein vom lader ding vielleicht ist es unter vom lader bisschen hoffen wir dabei hier das ding doch ja frontlader und hells kubelada es gibt die halterung und man sollte sofort die farbe auswählen dann sind hier unten die kass waren er hat ausseiten update vielleicht grimme habe ist hauptsächlich ausgewählt die box ist natürlich hier unter paletten wer die schon gesucht hat er gibt es einmal in realer größe und in excel für einen erfahrungs isolator ein bisschen angepasst damit man auch mehr mitmachen kann ist nichts optisches außerhalb das excel nur die mit der die füllvolumen ist besser wenn wir mal so eine box stehen und das teil oder anschalten bei dem promo sie machten dass hier auch der frontlader ausgewählt ist dann kann man aber auch hier vorne alle steuern so zuerst macht man 11 11 und dann die kiste auf dann etwas senken ich habe die steuerung etwas recht flott eingestellt dann halt einfach ein fahrer schön anheben dann das ding verriegeln und dann hält das wenn man denkt denn das kann man ja schwer auskippen also die fallen ja schwer da raus richtig man braucht nämlich nur so ein bisschen anwinkeln und dann kann man einfach mit dem ding ist auskippen sollte man langsam machen weil ansonsten ab die nämlich schön raus also wenn man das schön langsam und behutsam macht dann funktioniert das auch ein bisschen halbwegs zeigen ja kurz haben wir zwei damals weit schief einfahren sollte man natürlich auch nicht die fallen die falschen tasten nicht drücken also ja immer etwas langsam damit agieren und funktioniert das nämlich auch ja auf jeden fall war es das glaube ich schon wieder mit dieser mod vorstellung ich bedanke mich fürs zusehen sehen uns beim nächsten mal wieder und tschüss bis jetzt Untertitelung des ZDF für funk, 2017